Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 und wir spielen weiter im Karrieremodus und ich habe neun Spieler verpflichtet, Danilo, denn wir haben noch einen Rechtsverteidiger gebraucht und deswegen habe ich ihn uns besorgt, der Morata kommt hier raus, den brauchen wir nicht, da kommt der Pumann. So einfach war das, haben wir ihn geholt, denn Lahm wird irgendwann auch zu alt und deswegen Danilo hat uns 28 Millionen gekostet, wenn ich will jetzt nicht lügen, aber er wird erstmal noch auf der Bank schmoren, denn wir haben ja noch Philipp Lahm, also noch, huch, sorry, noch muss das nicht sein. Und so, wir haben jetzt noch ganz kurze Transferphase, ne, da passiert nichts mehr, glaube ich. Haben wir da noch irgendwas bekommen, Angebot Bolivien wollte ich sowieso nicht Nationaltrainer werden und dann gehen wir ins nächste Spiel, ne, gegen Hoffenheim. Und ich möchte auch gleich in der Aufstellung mal Danilo reinbringen. Boateng ist dadurch automatisch jetzt der Captain und dann spielen wir. Lasst uns spielen. Wollen wir mal kurz was trinken. So, und wir starten gleich zum Spiel. Ich glaube, ich nehme heute schon irgendwie die achte Folge FIFA auf oder so, ich bin jetzt schon warm gespielt. Ich habe jetzt auch kein Problem mehr, die Profis zu schlagen, also Schwierigkeitsgrad Profi. Das letzte Spiel ging 3-0 aus. Na, komm. Oh! Haut er ihn vorbei! Thiago, der muss drin sein. Der muss drin sein. Ja, aber hier, der Lewandowski holt ihn sich. Ganz stark. Und hier haben wir Danilo. Hier haben wir Danilo. Das erste Mal am Ball gehabt. Und jetzt starten wir mal mit Arjen durch, beziehungsweise Müller. Ausgetanzt. Und drin ist das Ding. Drin ist das Ding. 1-0. Und zieht euch mal rein, wie der Ball ins Tor fliegt. Der ist da irgendwie dem Torhüter durch die Finger geflutscht. Starker Ball von... Ja, aus der Perspektive sieht man das nicht so gut, aber... Ich hatte das Gefühl, der ist schneller geworden durch das Halten des Torhüters. Aber gut. Wie ich schon gesagt habe, gegen Profi kriegen wir es jetzt auch schon ganz gut hin mit den Toren und alles. Auch wenn die manchmal ganz schön gefährlich sind in der Offensive. Jetzt zum Beispiel. Aber wenn der Schuss dann so ist, dann ist es auch egal. Aber das haben sie natürlich gut herausgespielt und ich habe das weniger gut verteidigt. So, Danilo. Ja komm, schubs ihn einfach weg. Oh, hier ist der. Ah, der Ball war nicht gut von Vidal auf Müller. Müller hat sich richtig gut freigelaufen gehabt. Der Ball war ja richtig Sahne. Vidalone. Frische Sahne. Und da haben wir ihn wieder stark gemacht von Thiago. Oh! Pfuh! Pfosten! Pfosten und dann gegen den Rücken, aber nicht rein. Oder gegen die... Gegen die Rückhand. Ja. 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 Oh, immer noch nicht. Immer noch nicht drin. Oh. Oh mein Gott, Alter. Richtig lucky. She's lucky. Und da hatte Müller sich ihn wieder zurück erkämpft. Und da ist das. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da haben wir das 2-0. Pogba gegen den Pfosten und Thiago kommt von hinten angelaufen. Da habe ich ihn... Die Weiterleitung war ja sehr grüppelig. Und da ist Thiago einfach schneller. Thiago habe ich auch so eingestellt, dass er mit nach vorne läuft. Also offensiv ausgerichtet ist. Und Vidal ist defensiv ausgerichtet. Also der soll eigentlich hinten bleiben. Kommt aber trotzdem manchmal nach vorne, komischerweise. Vielleicht, weil meine Einstellung allgemein hoher Druck ist. Und hier holt ihn ein. Oh, der Schuss schon wieder. Was soll denn der Schuss? Was soll denn so ein... Cooler Ball. Und dann nimmt ihn Lewandowski richtig gut mit. Ah, der Torhüter hat aufgepasst. Der Torhüter hat aufgepasst. Der Baumann, ne? Baumann ist doch bei... Hannover... Äh, bei Hoffenheim. Hoffenheim. Alter! Nein! Wie sie mich alle stören wollten! Danilo. Und ich wollte auch einfach mal probieren, ob der auch einen austanzen kann. Oh, wir bauen mal schön von hinten auf. Oh, ich bin doch gerade vorbeigetan, Smash. Aber 2-0 zur Halbzeit. Und... Oh, wir machen so weiter. Versuchen mal so weiter zu machen. Oh, da haben wir den Danilo. Wieder gefoult worden. Ne, einen Wurf gab es einfach nur. Oh. Ja, so einfach ist es dann nun auch wieder nicht. Kurani. Kevin Kurani. Oh, jehm. Ist der... War er noch... Abseits? War er abseits jetzt? Ach, schade. Ich dachte, er war schon wieder rausgelaufen. Weil ich hab schon gesehen, dass er im Abseits war. Aber ich dachte, er wäre wieder raus. Wer so richtig gute Aktion hatte, Danilo bisher noch nicht. Wo ist Danilo? Lauf. Alter, was machen die denn da? Den hätte... Boateng schon haben müssen. Jetzt wollen wir aber auch mal wieder... Nein, zu doll. Zu doll. Okay, die zweite Halbzeit ist bisher noch nicht meine. Sondern eher die von Hoffenheim. So, jetzt. Oh, das war ein guter Ball. Aber die Annahme hat dann doch nicht so gut geklappt. Mann, was ist denn los hier? Ich komm hier irgendwie gar nicht mehr zum Zug grad. Was hat Danilo da gerade in der Endverteidigung gemacht? Das war doch eine perfekte Grätsche. Warum gibt er da für ein Foul? Ich finde, das hat Boateng richtig gut gemacht. Also richtig gut. Reingegrätscht. Sich den Ball geholt. Und hier kommt... Nein. Verdammt. Thiago. Was war das schon wieder für ein Pasta, ey? Thiago holt ihn sich direkt wieder. Und der Schuss war lächerlich. Lächerlich. So. Robin dribbelt sich einfach mal aus der Abwehr heraus. Elf Meter. Elf Meter. Yo. Rot auch noch. Ah, perfekt. Yo, er hat den Mann echt nicht... Er hat echt den Ball überhaupt nicht bekommen. Sehr schön. Nein. Schon wieder ein Elf Meter verschossen. Ich glaube, ich muss meinen Elf Meter schützen. Oh, jetzt aber nochmal. Nochmal ein Angriff. Und da haben wir doch noch das 3-0. Da haben wir doch noch das 3-0. Pogba mit der Vorlage. Lewandowski mit dem Tor. Wieder 3-0. Sehr schön. Ich bin echt langsam raus. Gegen den Profi zu gewinnen. Und das war's. Oder? Ne, abseits war das. Jetzt war's das aber. Gewonnen. 3-0. Sehr schön. Gucken, wie die Statistik aussieht. Ja, ein Ballbesitz wieder. 49 zu 51. Genau so hatte ich's auch im letzten Spiel. Aber trotzdem deutlich gewonnen. Das freut mich. Jetzt haben wir hier noch das Ende der Transferphase. Guck mal, wir haben den zweit teuersten Transfer gehabt hier. Lackerset haben wir ja leider nicht bekommen. Denn da war... Ähm... 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 Ja... Barcelona ein bisschen gieriger. Oh, verdammt. Wir haben's uns mit... mit Manuel Neuer verscherzt. Oh, was ist denn da passiert? Da... Oh. Äh... Wie heißt der denn nochmal? Cavani wechselt. Für 48 Millionen nochmal. Aber in der Bundesliga scheint nicht viel zu gehen. Kein Bundesliga-Klub hat, glaube ich, irgendwas gemacht. Das war's dann auch eigentlich schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm... Transfertechnisch haben wir immerhin da Nilo bekommen. Äh... Vielleicht wagen wir uns irgendwann nochmal an Lackerset ran. Und... Bis dahin sag ich erstmal... Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.